Hallo allerseits. Der Friedrich Wilhelm zu Pferde war ein 50-Kanonen-Fregatte, der 1680 für die brandenburgische Marine gebaut wurde. Hier sind einige wenig bekannte Fakten über das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde. Das Schiff wurde 1680 in Amsterdam, Niederlande gebaut. Das Schiff wurde von dem niederländischen Schiffbauer Gilles Beckel-Hering gebaut. Beckel-Hering war ein erfahrener Schiffbauer und hatte bereits viele Schiffe für die brandenburgische Marine gebaut. Das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde war eines seiner größten und stärksten Schiffe. Das Schiff wurde aus Eichenholz gebaut und hatte eine Länge von 38 Metern und eine Breite von 9 Metern. Es hatte einen Tiefgang von 6 Metern und eine Verdrängung von 900 Tonnen. Das Schiff war mit 50 Kanonen bewaffnet und hatte eine Besatzung von 250 Mann. Der Bau des Schiffes dauerte zwei Jahre. Es wurde am 20. März 1680 in Amsterdam zu Wasser gelassen und am 20. September 1680 an die brandenburgische Marine übergeben. Das Schiff wurde nach Kurfürst Friedrich Wilhelm I. benannt, der von 1640 bis 1688 Regent von Brandenburg war. Friedrich Wilhelm I. wurde am 16. Februar 1620 in Köln an der Spree geboren. Er war der Sohn von Kurfürst Georg Wilhelm und Luise Henriette von Oranien. Friedrich Wilhelm I. erhielt eine gute Ausbildung und interessierte sich schon in jungen Jahren für die Militär und Politik. Im Jahr 1640, nach dem Tod seines Vaters, wurde er Kurfürst von Brandenburg. Friedrich Wilhelm I. war ein energischer und ehrgeiziger Herrscher. Er wollte Brandenburg zu einer mächtigen Macht machen. Um dies zu erreichen, betrieb er eine innen- und außenpolitische Strategie, die darauf abzielte, die Armee, die Wirtschaft und den Einfluss Brandenburgs zu stärken. Die Innenpolitik Friedrich Wilhelms I. zielte auf die Zentralisierung der Macht und die Stärkung der Armee ab. Er führte eine Reihe von Reformen durch, die die Wirtschaft Brandenburgs fördeten. Insbesondere gründete er eine Reihe neuer Städte, baute Kanäle und Straßen und förderte den Handel. Die Außenpolitik Friedrich Wilhelms I. zielte auf die Ausweitung des Einflusses Brandenburgs ab. Er nahm am 30-jährigen Krieg teil, in dessen Ergebnis Brandenburg eine Reihe neuer Gebiete erhielt. Er nahm auch am nordischen Krieg teil, in dessen Ergebnis Brandenburg die Kontrolle über Elbing und Stettin erhielt. Friedrich Wilhelm I. war einer der bedeutendsten Herrscher Brandenburgs. Er machte Brandenburg zu einer mächtigen Macht, die eine wichtige Rolle in der Geschichte Deutschlands spielte. Das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde wurde nach Friedrich Wilhelm I. zu Ehren seiner militärischen Verdienste benannt. Das Schiff war eines der mächtigsten Schiffe der Brandenburgischen Marine und nahm an vielen Seeschlachten teil. Das Schiff nahm an vielen Seeschlachten teil, darunter der Schlacht am Kap St. Vincent im Jahr 1681 und der Schlacht bei Speyer im Jahr 1683. Schlacht am Kap St. Vincent Das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde war Teil einer französisch-brandenburgischen Flotte, die von Admiral Jean d'Estreys befehligt wurde. Die Flotte traf auf eine britische Flotte, die von Admiral John Benbow befehligt wurde. Die Schlacht endete mit einem Sieg der Franzosen und Brandenburger. Das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde spielte eine wichtige Rolle in der Schlacht, indem es mehrere britische Schiffe versenkte oder schwer beschädigte. Schlacht bei Speyer Das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde war Teil einer französisch-brandenburgischen Armee, die von Marshal Louis de Marillac befehligt wurde. Die Armee traf auf eine österreichische Armee, die von Kaiser Leopold I. befehligt wurde. Die Schlacht endete mit einem Sieg der Franzosen und Brandenburger. Das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde spielte eine wichtige Rolle in der Schlacht, indem es die österreichische Artillerie bombardierte und die französische Infanterie bei der Landung unterstützte. Das Schiff war schwarz lackiert mit goldenen Verzierungen. Das Schiff war mit goldenen Watten Brandenburgs sowie Abbildungen von Heiligen und Engen verziert am Heck. Die Farbe und die Verzierungen des Schiffes sollten Angst und Respekt bei den Feinden Brandenburgs einflößen. Hier sind einige lustige Fakten und Geschichten über das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde. Das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde war ein großes und mächtiges Schiff. Es war so groß, dass es schwierig zu manövrieren war in engen Meerengen. Eines Tages segelte das Schiff durch die Ostsee, als es an der Enge von Skagerag vorbeikam. Die Enge von Skagerag ist eine sehr schmale Meerenge, die Dänemark von Norwegen trennt. Das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde war so groß, dass es fast in der Enge stecken blieb. Die Besatzung des Schiffes musste viel Mühe aufwenden, um das Schiff zu manövrieren und durch die Enge zu bringen. Es gelang ihnen schließlich, das Schiff durch die Enge zu bringen, aber es war ein sehr knappes Ding. Die Geschichte von dem Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde, wie es fast vor dem Eingang zur Ostsee stecken geblieben ist, ist ein lustiges Beispiel für die Größe und die Macht dieses Schiffes. Es ist auch eine Erinnerung daran, dass auch die größten und mächtigsten Schiffe manchmal in Schwierigkeiten geraten können. Das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde war ein riesiges und schweres Schiff. Es war so schwer, dass es oft von anderen Schiffen abgeschleppt werden musste. Eines Tages segelte das Schiff den Fluss Elbe hinunter, als es an einer Sandbank stecken blieb. Die Besatzung des Schiffes versuchte, das Schiff zu befreien, aber es war zu schwer. Sie mussten Hilfe rufen. Einige andere Schiffe kamen, um zu helfen, aber sie konnten das Schiff auch nicht bewegen. Schließlich mussten sie ein Spezialschiff rufen. Das Spezialschiff konnte das Schiff endlich befreien und es weiter den Fluss hinunterfahren. Die Geschichte von dem Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde, wie es in einem Fluss stecken blieb, ist eine lustige Geschichte über die Größe und das Gewicht dieses Schiffes. Das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde war ein großes und mächtiges Schiff. Es war gut bewaffnet und hatte eine Mannschaft erfahrener Seeleute. Das Schiff war für seine Grausamkeit bekannt, und die Piraten fürchteten es. Eines Tages traf das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde auf ein Piratenschiff, das Gold und Edelsteine transportierte. Die Piraten dachten, dass sie ein leichtes Ziel haben würden, aber sie hatten sich geirrt. Die Piraten griffen das Schiff an, aber sie wurden schnell besiegt. Die Mannschaft des Schiffes Friedrich Wilhelm zu Pferde nahm das Schiff in seine Fracht gefangen. Die Piraten waren so eingeschüchtert, dass sie sich nie wieder trauten, das Schiff Friedrich Wilhelm zu Pferde anzugreifen. Das Schiff wurde zum Symbol der Macht und Stärke des brandenburgischen Staates. Das Schiff war so bekannt, dass es oft als Propaganda benutzt wurde. Einmal wurde sein Bild auf Briefmarken verwendet. Das Schiff war so wichtig für die brandenburgische Marine, dass es erst 1712 außer Dienst gestellt wurde, nachdem es mehr als 30 Jahre in Dienst war. Friedrich Wilhelm zu Pferde war eines der berühmtesten Schiffe in der Geschichte Brandenburgs. Es war ein Symbol der Macht und Stärke des brandenburgischen Staates. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.